Hallo und willkommen zu einem weiteren Wrath of the Lich King Klassenguide. Hier geht es vor allem um die neuen Fähigkeiten, Talente und die wichtigsten Veränderungen. Außerdem gehen wir noch kurz auf mögliche Berufe, Glyphen, Talente und die Startpriorität ein. Zum Schluss gibt es dann noch ein Fazit, welches sich vor allem um das Gameplay der jeweiligen Ausrichtung dreht. Das Ganze soll mit Absicht kein detaillierter Endgame Guide sein. Wir wollen euch einfach zeigen, was euch in Wrath of the Lich King mit der jeweiligen Ausrichtung erwartet. Wie immer natürlich strukturiert und vor allem nicht in die Länge gezogen. Wenn euch das Ganze gefällt, lasst uns doch gerne direkt einen Daumen sowie ein Abo da. Viel Spaß beim Video. Mit dem Wiederherstellungs-Schamanen spielt ihr auf jeden Fall einen der besten Gruppenheiler, wobei dieser nach wie vor mit seinen guten unterstützenden Fähigkeiten glänzen kann. Auch seine Heilung von einzelnen Zielen wurde dank einigen Anpassungen deutlich besser. Schauen wir uns aber erstmal allgemein alle Fähigkeiten an, die ihr Talent unabhängig auf eurem Weg auf Level 80 bekommt. Mit Level 75 bekommt ihr hier die Lava-Eruption. Dabei schleudert ihr flüssiges Lava, welches Feuerschaden verursacht. Wenn das Ziel vom Flamenschock betroffen ist, wird Lava-Eruption sicher kritisch treffen. Ein grandioser neuer Zauber, welcher allerdings eher den Elementar-Schamanen betrifft bzw. euch höchstens in eurem Dual-Spec oder in der Level-Phase begleitet. Mit Stufe 80 bekommt der Schamane endlich einen brauchbaren CC-Zauber für Hexen, der eure Gegend in einen Frosch verwandelt. Dieser kann sich nach wie vor bewegen, allerdings nicht mehr angreifen oder Zauberwirken. Anders als beim Schaf des Magiers wird der Effekt nicht direkt beendet, sobald Schaden eintritt. Es kann gut und gerne ein paar Treffer benötigen, bis sich dieser wieder zurückverwandelt. Verhexen hat mit 45 Sekunden eine relativ lange Abklingzeit. Ab Stufe 60 bekommt ihr zudem die Waffe der Lebensgeister. Damit habt ihr eine brauchbare Waffenverzauberung als Heiler. Hierbei wird die verursachte Heilung um 70 erhöht. Zudem besteht eine Chance von 20% auf dem Ziel, den Effekt Lebensgeister auszulösen, der im Verlauf von 12 Sekunden 348 Schaden heilt. So gesehen also ein Proc, welcher einen Hot verleiht. Ab Stufe 16 bekommt ihr den Windstoß. Dieser verursacht keinen Schaden, unterbricht jedoch das Ziel und verhindert zwei Sekunden lang, dass diese Art Zauber gewirkt werden kann, welche gerade unterbrochen wurde. Außerdem sägt es eure Bedrohung. Windstoß kann unabhängig vom Global Cooldown genutzt werden. Erdschock wurde hingegen so geändert, dass der Zauber keinen Unterbrechungseffekt mehr hat, sondern das Nahkampfangriffstempo des Gegners 10 Sekunden verringert. Die Abklingzeit von eurer Reinkarnation wurde zudem von 60 Minuten auf 30 verkürzt. Eines der besten Quality of Life Features ist definitiv das neue Totem-System. Hierbei könnt ihr euch mit Ruf der Elemente, der Geister oder der Urahnen jeweils ein Set aus vier Totems zusammenstellen, welche gleichzeitig gesetzt werden können. Das Ganze könnt ihr wie ein Klick auf das Symbol ganz links auslösen oder auch einfach die jeweilige Ruffähigkeit auf eure Aktionsleiste legen. Dadurch könnt ihr je nach Situation ganz einfach die richtigen vier Totems stellen. Ganz rechts in der Leiste findet ihr dann noch totemischer Rückruf, mit dem ihr wie auch schon den TBC eure Totems zerstören könnt und dafür Mana zurückgehaltet. Allgemein haben die Totems nun ihren eigenen optischen Style, welcher sich auf die Fraktion und die Rasse widerspiegelt. Die meisten Totems halten nun sogar fünf Minuten. Gehen wir aber mal alle Totem-Änderungen im Schnelldurchlauf durch. Totem der Steinhaut erhöht nun die Rüstung aller Gruppen und Raidmitglieder. In der Burning Crusade hat dieses noch den erhaltenen Nahkampfangriffsschaden aller Gruppenmitglieder verringert. Das Totem der Erdstärke erhöht nun Stärke und Beweglichkeit und das sogar Raidweit. Totem der luftgleichen Anmut wurde dafür komplett entfernt. Dadurch habt ihr nur noch ein Totem für Beweglichkeit und Stärke. Euer Totem des Erdstoßes hat sich nicht verändert. Dieses funktioniert allerdings nach wie vor nur gruppenweit. Das Totem der Steinklaue beschützt nun neben seinem Spot samt dem Stun eure anderen Totems und absorbiert von diesen 1085 Schaden. Dadurch können eure Totems nicht mal mit einem normalen Schlag zerstört werden. Das Totem der Feuernover wurde entfernt. Dafür habt ihr allerdings die Fähigkeit Feuernover bekommen. Beim Aktivieren stößt dieses von eurem Feuertotem eine Feuerwelle aus. Somit könnt ihr nun mit jedem gestellten Feuertotem alle 10 Sekunden eine Feuernover entstehen lassen. Totem der Reinigung entfernt nun alle 3 Sekunden ein Krankheits- und einen Vergiftungseffekt. In der Burning Crusade war das Ganze noch in 2 Totems unterteilt. Das funktioniert allerdings nur gruppenweit. Dasselbe gilt auch für Toxinehallen. Das ist eure Einzelzielreinigung, welche nun auch Krankheits- und Gifteffekte entfernt. Euer Winfury Totem erhöht nun das Nahkampfangriffstempo aller Gruppen- und Schlagzugsmitglieder um 16%. In TBC hat dieses noch einen zusätzlichen Treffer und extra Schaden gewährt. In Wrath of the Lich King habt ihr somit den Vorteil, dass auch Feral-Druinen und Offenwaffen davon profitieren. Totem der Windmauer und Totem der beruhigenden Winde wurden zudem aus dem Spiel entfernt. Totem des stimmischen Zorns erhöht nun die Zaubertempo-Wertung aller Gruppen- und Raidmitglieder und nicht mehr den Magieschaden und Heilung. Das macht nun dafür das Totem der Flammenzunge. Damit habt ihr endlich als Heilungsschamane ein brauchbares Totem im Raid, vor allem wenn kein Elementarschamane dabei ist. Euer Erd- und Feuerelementar haben zudem nur noch eine Abklingzeit von 10 statt 20 Minuten. Schauen wir uns nun mal speziell die wichtigsten Veränderungen im Wiederherstellungsbaum an. Als 51er-Talent bekommt ihr Springflut. Mit diesem Spontanzauber haltet ihr ein befreundetes Mikli sofort um ca. 650 Leben und im Verlauf von 15 Sekunden um weitere 665. Wenn ihr zudem auf das Ziel eine Kettenheilung wirkt, hebt es den Heilungseffekt über Zeit auf und erhöht den von Kettenheilung gehalten Wert um 25%. Starten wir aber ganz oben im Baum. Allgemein hat sich beim Wiederherstellungs-Ghaman nicht allzu viel verändert. Totembeherrschung, welches euren Totem-Radius erhöht, wurde komplett entfernt. Dies ist nun schon automatisch auf euren Totems addiert. Alle anderen Talente in den ersten Reihen sind dieselben geblieben, haben sich nur etwas verschoben oder Werte wurden angepasst. Als neues starkes Talent gibt es verbessertes Wasserschild. Wenn ihr mit Welle der Heilung oder Springflut einen kritischen Effekt erzielt, erhaltet ihr Mana zurück, als wäre eine Kugel des Wasserschilds verbraucht worden. Dasselbe gilt für geringe Welle der Heilung, dann aber nur zu 60% und bei Kettenheilung liegt die Wahrscheinlichkeit nur bei 30%, dass ihr Mana bei einem Krit zurückerhaltet. Kraft der Gezeiten ist eine aktivierbare Fähigkeit, die 20 Sekunden lang eure kritische Trefferchance mit Welle der Heilung, geringe Welle der Heilung und Kettenheilung um 60% erhöht. Jede kritische Heilung verringert allerdings die Chance um 20%. Heilung der Ahnen verringert nun den erlittenen körperlichen Schaden des Ziels um 10%, nachdem es von einem kritischen Heilzauber getroffen wurde. In the Burning Crusade hat dieses noch die Rüstung erhöht. Regenerations-Totems erhöht den Effekt eures Totems der Mana-Quelle um 20% sowie den eures Totem des Heilenden Flusses um 45%. Vor allem der Teil mit dem Heilenden Flusses wird bei den Glyphen noch interessant. Fahrt der Heilung wurde entfernt und ist nun ein passives Talent. Dieses erhöht eure Heilung mit Welle der Heilung um 25%. Die Geisterläuterung ermöglicht es euch Flüche zu entfernen, wobei das in vielen Skillungen nicht mitgeskillt wird, da andere Klassen das von Haus aus können. Segen der Ewigen erhöht eure kritische Zaubertrefferchance um 4% sowie die Chance bei einem Ziel mit 35% Gesundheit oder weniger den Effekt Lebensgeister von eurer Waffenverzauberung auszulösen. Erwachende Ahnen beschwert einen Ahnengeist, der sofort das Gruppen- oder Raidmitglied mit der geringsten Gesundheit innerhalb von 40 Metern um 30% das von eurem Geheiltenwert heilt, nachdem ihr mit Welle der Heilung, geringe Welle der Heilung oder Springflut einen kritischen Effekt erzielt hattet. Verbessertes Erdschild erhöht nun die Aufladung von Erdschild um 2 sowie die verursachte Heilung um 10%. Dadurch habt ihr nun 8 Aufladungen. Mit Flutwellen erhaltet ihr beim Wirken von Kettenheilung oder Springflut eine Chance von 100%, dass die Zauberzeit von Welle der Heilung um 30% verringert und die Chance auf einen kritischen Treffer von geringe Welle der Heilung um 25% erhöht wird. Zudem wird der Bonus-Heilungseffekt von Welle der Heilung um 20% und von geringe Welle der Heilung um 10% erhöht. Der Effekt von Flutwellen bleibt aktiv, bis zwei Zauber dieser Art gewirkt wurden. Dadurch macht es deutlich mehr Sinn, nicht nur Kettenheilung zu spamen, sondern hin und wieder die Vorteile durch zum Beispiel Flutwellen zu nutzen, um auf den Tank eine Welle oder geringe Welle der Heilung zu ballern. Als Skillung empfehlen wir euch eine 01457. Dabei habt ihr 14 Punkte im Verstärkungsbaum. Allgemein kann sich die Skillung aber in manchen Punkten etwas unterscheiden. Es gilt demnach im Verstärkungsbaum noch 5 Punkte in Wist der Ahnen für 10% mehr Intelligenz, 5 Punkte in Donnernde Stöße für 5% mehr Crit, 3 Punkte in Verbessertes Schild für mehr rückgewonnenes Spanner mit Mana-Schild und mehr Heilung mit Erdschild sowie einen Punkt in Elementarwaffen, um den Heilbonus von Lebensgeister zu erhöhen. Bei dieser Skillung habt ihr keine Geisterläuterung und könnt keine Flüche entfernen. Solltet ihr allerdings einen anderen Wiederherstellungs-Schamanen bzw. einen Heiligpriester im Raid haben, der Heilung der Ahnen geskillt hat, dann könntet ihr die letzten 3 Punkte noch in Geisterläuterung sowie in Elementarwaffen stecken. Sprecht euch hierzu am besten mal mit eurem Raidleiter ab. Wir verlinken euch die Skillung sowie ein paar Alternativen in der Beschreibung. Kommen wir nun zu den Glyphen, welche ihr als Restoschami verwenden könnt. Glyphe der Kettenheilung trifft ein zusätzliches Ziel. Glyphe, Totem des heilenden Flusses, gewährt eurem Totem des heilenden Flusses 20% mehr Heilung. Hierbei muss man allerdings sagen, dass ihr vermutlich als Wassertotem relativ selten das Totem der Manaquelle stellen werdet, da der Paladin diesen mit dem Segen der Weißheit abdeckt. Mit dem Totem des heilenden Flusses habt ihr dadurch eine konstante, gute Heilung für eure Gruppe. Vor allem da es durch das vorher erwähnte Talent Regenerationstotems um 45% erhöht wird und die Glyphe mit dem gesamten Wert skaliert. Die Glyphe Erdschild erhöht den von Erdschild gehaltenen Wert um 20%. Alternativ dazu gibt es noch die Glyphe Waffe der Lebensgeister. Diese erhöht die Chance, dass der Effekt von Waffe der Lebensgeister ausgelöst wird um 5%. Solltet ihr mehr Dungeons und eher 10er Raids laufen, könnte man alternativ auch noch Glyphen wählen, die es eher auf einzelne Ziele abgesehen haben. Hierbei wären vor allem die Glyphe Geringe Welle der Heilung erwähnenswert. Sie erhöht 20% eurer Heilung, wenn das Ziel gleichzeitig euer Erdschild gebufft hat. Solltet ihr Mana Probleme haben, vor allem in den ersten Raids, dann könntet ihr noch auf die Glyphe, Totem der Mana Flut ausweichen, welche euch und eure Gruppe zusätzlich mit jedem Puls 1% seines maximalen Manas gewährt. Zudem gibt es noch die Glyphe Wasserbeherrschung, welche eure passive Mana Regeneration von Wasserschild um 30% erhöht. Wie ihr seht, ist die erhebliche Glyphenwahl beim Heilschamanen etwas komplexer, da ihr hier situationsbedingt und individuell auf euren Rate und euer Spielverhalten wählen müsst. Als geringe Glyphe ist vor allem erneuertes Leben sinnvoll, damit ihr keine Reagenzien mehr für Reinkarnation benötigt, sowie Wasserschild, welches die Aufladung von Wasserschild von 3 auf 4 Punkte erhöht. Alle anderen spielen in Dungeons und Raids keine größeren Rollen. Wir verlinken euch diese aber trotzdem mal in der Beschreibung. Als Stud priorisiert ihr vor allem Zaubermacht, da diese schlicht und ergreifend eure Heilung erhöht. Anschließend solltet ihr Tempowertung priorisieren. Dabei sollten gebufft um den Dreh ca. 38,7% angepeilt werden, was ungefähr 1268 Tempowertung entspricht. Hierbei bekommt ihr z.B. die Zauberzeit von geringe Welle der Heilung auf 1 Sekunde, was allgemein das Maximum zwecks dem Globen Cooldown ist. In den späteren Raidstufen wird man allerdings vermehrt auf Tempo statt Zaubermacht zockeln. Anschließend solltet ihr kritische Trefferwertung bevorzugen, da ihr neben dem erhöhten Crit-Wert eine Mana-Rückgewinnung dank dem Talent verbessertes Wasserschild bekommt. Eine kritische Heilung kann zudem das Talent Erwachen der Ahnen auslösen, welcher einen Ahnengeist beschwört, welcher direkt ein Gruppen- oder Schlachtzugsmitglied mit der geringsten Gesundheit innerhalb von 40 Metern um 30% des von euch gehaltenwertes heilt. Anschließend geht ihr noch zu guter Letzt auf MP5. Wenn ihr das Beste aus euren Berufen rausholen wollt, würden wir euch Ingenieurskunst und Juwelierskunst empfehlen. Als Inji bekommt ihr jegliche Stats, die ihr haben wollt. 27 Zaubermacht auf Umhang, Tempo auf Handschuhe, durch eine Proc-kritische Trefferwertung auf Schuhe samt erhöhter Laufgeschwindigkeit bei Aktivierung, ganz zu schweigen von den anderen Vorteilen wie Bomben, mobiler Briefkasten, Bankzugriff sowie ein Shop-Amount. Mit Juwelenschleifen habt ihr deutlich stärkere epische Gems für Tempo und Zaubermacht. Davon könnt ihr zeitgleich drei Stück in eure Rüstung einsetzen. Allgemein seid ihr durch diese Berufe etwas flexibler. Alternativ könntet ihr auch noch Schmiedekunst wählen, obwohl sich das im ersten Moment etwas blöd anhört. Als Spied könnt ihr zusätzlich zwei Sockel auf Handschuhe und Armschiene anbringen. Solltet ihr keine Lust auf zwei Herstellungsberufe haben oder euch schlicht und ergreifend das nötige Gold oder der Twink zum Farmen fehlen, dann könntet ihr natürlich auch einen Farmberuf wie Bergbauder zu nehmen oder direkt auf Alchemie oder Kräuterkunde gehen. Dadurch verliert ihr natürlich einige Berufsvorteile, was euch aber trotzdem durch jeden Raid kommen lässt. Schaut dazu am besten mal unser Berufsvideo an. Dort gehen wir auf alle Berufe samt deren individuellen Vorteile ein. Als Wiederherstellungsschamane gehört ihr zu den besten Gruppenheilern und Supportklassen im Spiel. Dank eurem Erdschild, Springflut und diversen Talentanpassungen wie Flutwellen könnt ihr nun deutlich entspannter einen Tank am Leben halten, obwohl ihr vermutlich die meiste Zeit noch am Kettenheilung spammend seid. Mit kraftige Zeiten habt ihr nun sogar einen Cooldown, der euch in brenzligen Situationen zur Seite steht. Sollt euch das Mana ausgehen, zündet ihr einfach euer Manaflutotem und regeneriert für euch und eure Gruppen etliches an Mana. Mit eurem Wasserschild und kritische Heilung könnt ihr jetzt sogar aktiv Mana wiederherstellen. Ihr bringt zudem einiges an Support mit, von einer Gruppenwellenheilung, Anti-Furcht-Totem sowie einem Gift- und Krankheitstotem, hinzu zu Raidweitem Mana, Stärke und Beweglichkeits-Buff. Von seinem Kampfrausch, der jetzt übrigens Raidweit gebufft wird, mal ganz zu schweigen. Für den Raid bringt ihr im Detail folgende Raid-Buffs und Debuffs mit. 155 Stärke und Beweglichkeit dank Totem der Erdstärke, Kampfrausch für alle Raidmitglieder, 144 Zaubermacht dank dem neuen Totem der Flammenzunge, 5% Zaubertempo mit dem Totem des stürmischen Zorns sowie 91 MP5, was allerdings meistens vom Parler gebufft wird und man stattdessen Totem des Heiligen Flusses für die Gruppe verwendet. Sowie das Mana-Flut-Totem, welches eure Gruppe alle 3 Sekunden 6% ihres Manas wiederherstellen lässt. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst uns doch gerne einen Daumen sowie ein Abo da. In diesem Sinne, viel Spaß in WUTLK und immer genügend Mana-Tränke mitnehmen, man weiß ja nie.